Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start und heute kommen wir zu den 20 Unlock All Gewinnern. Und alle Gewinner werden jetzt hier an der Seite eingeblendet, also hier direkt im Bildschirm. Und Leute, ich mache von den 20 Stunden ein Best-of natürlich, weil mit Janemann, Snake und den vielen Anrufen, was Janemann gemacht hat, es war einfach so witzig, dass ich da ein Best-of machen muss. Und ihr seht ja jetzt schon, dass ihr hier gewonnen habt, Leute. Und ich bitte euch jetzt, morgen, also am Montag um 20 Uhr, alle 20 Gewinner hier auf den TS zu kommen. Und zwar hier unten rein zu gehen und zwar in den Supporter-Wartebereich. Ich werde dann hier oben warten und jeden einzelnen hochmoven und seinen Preis geben. Ihr müsst mir natürlich beweisen, indem ihr euer YouTube-Konto öffnet und einen Screenshot macht und mir den zeigen, dass ihr das seid. Und dann kommt natürlich euer Feeling und euer Kommentar, was ihr dann sagt, wie ihr den Account findet und alles, auch in das Best-of-Video. Also in diesem Sinne, kommt am Montag um 20 Uhr auf den TeamSpeak-Server und wartet hier unten im Supporter-Wartebereich. Für die Leute, die nicht wissen, was TeamSpeak ist, ganz einfach bei Google TeamSpeak runterladen. Dann, wenn ihr es installiert habt, einfach hier oben auf Verbindungen klicken, dann auf Verbinden. Und die IP-Adresse, was hier eingeblendet wird, einfach, also nicht diese IP, die zählt nicht. Also diese IP, was hier gleich eingeblendet wird, auf die kommt ihr dann und hier schreibt ihr euren Namen rein und bla bla. Dann geht ihr einfach hier auf Verbinden und dann kommt ihr auf unseren TeamSpeak. Und ganz einfach, dann wartet ihr hier unten im Supporter-Wartebereich und ihr kriegt eure Unlock aus. In diesem Sinne, bis morgen und haut rein, euer Matrix. Ciao Leute.